Die Kirche Saint-Cherry aus dem Jahre 1066, also erbaut um die Zeit des Schlosses. Ich sag mal so, sie ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. So, jetzt ist der Verleihs aus nach der Invasion. Hier einmal dargestellt. Die Kirche Saint-Cherry aus dem Jahre 1066, also erbaut um die Zeit des Schlosses. Er wurde fast völlig ausgebrannt, zerstört. Und hier oben befand sich mal die Reutel. Heute haben wir noch ein Holzgerüst. Und hier oben befand sich mal die Zeit des Schlosses. Die Kirche Saint-Cherry aus dem Jahre 1066, also erbaut um die Zeit des Schlosses. Die Kirche Saint-Cherry aus dem Jahre 1066, also erbaut um die Zeit des Schlosses.